Musik Ich habe so eine Mission, ich will die Präsentationskultur in Deutschland trennen. Musik Das elfte Gebot lautet, du sollst nicht langweilen. Wir haben so viel Informationsflut und wenn ich mich nicht hier durchsetze, in diesem Markt, dann wird die Information einfach verloren gehen. Deswegen ist es elementar, gute Präsentationen halten zu können. Zeigen Sie mir eine Folie, in der ein Fehler ist. Und sagen, meine Damen und Herren, auch dieser Folie ist ein Fehler. Können Sie sich jetzt vorstellen, dass die ganzen Leute jetzt gucken, Moment, den falschen Satz, den finde ich. Das heißt, mit so einer interessanten Frage könnte ich wunderschön ein ganzes Publikum aktivieren. Musik Storytelling macht jeden einzigartig. Es ist einfach das Geheimnis, um erfolgreicher im Verkauf und in der Präsentation zu sein. Bestform, das ist eine magische Kraft. Die ist überall um uns. Und dann ist es ein Impuls, der von meinem Kopf ausgeht und der sich in meinem Körper ausbreitet. Und dann brenne ich voller Begeisterung. Und wenn ich dieses Brennen habe, dann kann ich andere Menschen anzünden. Wir leben heute in dieser Flut von Informationen. Und ich muss irgendwie herausstechen. Und das gilt auch für Präsentationen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020